Es gibt so zwei Strophen von Imam al-Mizi, die die Wichtigkeit der Wiederholung des Wissens Preis geben. Al-Imam al-Mizi war ein Hadith-Gelehrter, seine Frau ebenfalls, Koran-Gelehrtin, eine bekannte Gelehrtin des Koran. Al-Mizi ist der Sheikh von Ibn Kathir. Kathir sagt euch was. Er sagte in zwei Strophen, er sagte, wer das Wissen ergattert und es wiederholt, es studiert und wiederholt und lernt. Der wird mit dessen Leben im Dies und Jenseits mit Glück bereichert sein. Dann nennt er den Nutzen des Wiederholens vom Wissen. Was ist der Nutzen davon? Er vergleicht das, metaphorisch sagt er, er sagt, So bleibe dran dabei, das Wissen zu wiederholen. Denn das Wiederholen des Wissens ist das Beleben davon. Das heißt, wiederholst du es, hältst du es im Leben. Das einmalige Anhören vom Wissen, damit wirst du weder etwas beleben, es ist sowieso schon tot. Wisst ihr warum? Es ist ganz offensichtlich. Wenn du in einer Stunde 10.000 Wörter hörst, du wirst dir die Dinge nicht behalten können. Schon nach einigen Stunden ist ein Großteil vergessen und das bisschen, was geblieben ist, ist spätestens nach einer Woche wieder vergessen. Und deswegen, ja, Dinge, die man durch bloßes Hören, die Wahrscheinlichkeit, sich etwas durch bloßes Hören zu behalten, ist sehr, sehr, sehr gering. Ich glaube, 20 bis 30 Prozent, sagen sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das behält. Jedenfalls, wir sind tatsächlich beim Iman, Al-Iman-Ubillah. Das ist ja die erste Säule des Iman und die wichtigste zugleich. Alle anderen Säulen des Imans, der Glaube an die Bücher. Ihr seht das auch, die Wichtigkeit dieses Grundsatzes, der Al-Iman-Ubillah, die Wichtigkeit davon seht ihr auch daran, dass in allen Texten der Iman und Allah immer an die Spitze gestellt wird. Selbst in dem berühmten Hadith von Jibril, den wir einige Male gehört haben, Al-Iman und Al-Iman beginnt mit dem Iman. Alles andere sind nur Zwecke. Sie sind nur Zwecke, um diesen Iman zu verwirklichen. Die Propheten sind nur ein Zweck zur Verwirklichung des Imans. Die Malaika sind nur ein Zweck. Die Bücher sind nur ein Zweck. Und der Al-Iman an den Qadar, wo stufen wir den ein? Ist er auch nur ein Zweck? Der Al-Iman hat mit dem Iman an Allah zu tun, aber wurde separat erwähnt. Wegen seiner Wichtigkeit. Aber er gehört zum Iman. an Allah Ta'ala. Das ist eines der Gründe, warum im Koran, wenn die fünf Säulen des Imans erwähnt werden, der Qadar nicht extra separat genannt wird, weil er eben bezieht sich ja auf die Handlungen Allahs und auf das Wissen Allahs und auf den Willen Allahs, richtig? Das sind ja die drei Stufen des Al-Iman Bil-Qawar Al-Qadar, oder vier Stufen. Die vier Stufen des Iman an die Vorherbestimmung Allahs sind der Iman an sein Wissen Al-Iman Al-Iman an seine Qudra, das heißt seine Macht und Fähigkeit, seinen Willen durchzusetzen. Und viertens der Iman an die Kitaba, das heißt die Niederschreibung der Handlungen seiner Geschöpfe. Diese vier Dinge sind das Grundgerüst des Iman an den Al-Qadar Al-Qadar und das gehört alles zum Glauben an Allah Ta'ala. Soweit mitgekommen oder nicht? Der Iman an Allah Ta'ala besteht aus vier Teilen, vier Komponente. Nummer eins, der Glaube an die Existenz. Der Glaube an die Existenz Allah Ta'alas. Zweitens, der Glaube an seine Rububiyah, das heißt an seine Herrschaft. Drittens, der Glaube an seine Uluhiyah, das heißt der Iman daran, dass er anbetungswürdig ist, allein anbetungswürdig. Und viertens, der Iman an seinen Namen und Eigenschaften. Diese vier Komponente machen den Iman an Allah Ta'ala aus. Ohne eines dieser vier reden wir nicht vom chariatischen Iman. Chariatische Iman haben es gemeint, die Rechtsgültigkeit des Iman in der Scharia. Sprachlich kann es trotzdem Iman sein. Wir sehen das zum Beispiel in der Aussage Allah Ta'ala. Er sagt, Und was ist mit euch? Weshalb habt ihr keinen Iman an Allah? Wer ist angesprochen davon? Wer sind die angesprochenen Personen hier? Die Ungläubigen. Die Ungläubigen Atheisten oder? Atheisten gab es in dieser Gesellschaft kaum. Auf der arabischen Halbinsel und drumherum gab es in dieser Zeitphase kaum den Atheismus. War nicht bekannt. Deswegen sagt Abul Fath al-Shahrastani. Abul Fath al-Shahrastani ist ein Religionswissenschaftler, ich nenne ihn mal so. Er hat ein Buch geschrieben, Al-Milal-Wan-Nihal. Das ist ein Buch über die verschiedenen Religionen und Sektierungen oder Sekten innerhalb der Religionen. Darin spricht er über die Religion des Islams und zählt all seine Sekten auf. Die Religion des Christentums, des Judentums, die alten Religionen auf dem indischen Subkontinent und über die klassischen Philosophen und ihre Einstellungen. Darin sagt er, spricht er über eine Gruppe, er nannte sie die Duhriyun, Ad-Duhriya. Ad-Duhriya, das sind jene, die man heute Atheisten bezeichnen kann. Und er sagte, er hat nicht ausführlich über sie gesprochen, nur sehr sparsam, mit sehr wenigen Worten hat er über sie gesprochen. Und er begründete das damit, er sagte, es gibt nämlich kaum eine Gruppierung auf der Welt. Also es geht nicht um einzelne Personen. Aber als eine Bewegung, als eine religiöne Gemeinschaft, eine Sekte, gibt es die Duhriya nicht. Einzelne Personen. Das heißt, angesprochen von diesem Vers, وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ Was ist mit euch, dass ihr nicht den Iman an Allah, euren Herrn, verwirklicht, während der Prophet euch doch dazu aufruft? Wie gesagt, das waren keine Leute, das waren keine Menschen, die die Existenz eines Gottes infrage gestellt haben. Sahih? Aber trotzdem wird der Iman hier verneint. Warum habt ihr keinen Iman? Und das sind Leute, die an die Existenz eines Gottes glauben. Oder auch in der Aussage Allah Ta'alas, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Und die meisten von ihnen haben keinen Iman an Allah ohne den Schirk. Das heißt also, wir sehen nochmal, das bekräftigt diese Aussage, der Iman an Allah Ta'ala besteht aus vier Komponenten. Nicht nur den Iman an die Existenz Gottes. Aber der Iman an die Existenz Gottes stellt die Grundlage dar für die Gesamtheit des Imans an Allah Ta'ala. Der Iman an seine Existenz ist das Fundament davon. Es gibt nämlich keinen Tauhid der Rububiyah und keinen Uluhiyah und keinen Asma was Sifat, wenn die Existenz Gottes infrage gestellt wird. Sahih? Tayyib. Allah Ta'ala sagt, dass die Propheten zu ihren Völkern sagten, sie sagten, Gibt es denn in Allah einen Zweifel, den Schöpfer der Himmel und der Erde? Was ist damit gemeint? Ich habe ja eben gesagt, unter den Arabern gab es das nicht. Den Atheismus, die Ablehnung eines Schöpfers gab es nicht. Was ist denn hiermit gemeint? Warum haben sie ihre Völker damit angesprochen? Afillahi Shaq. Gibt es denn einen Zweifelnamen? Das heißt, der Vers bedeutet was? Was sagt er aus? Gibt es denn einen Zweifelnamen, dass er der Einzige ist, der der Anbetung würdig ist? Das ist eine Aussage, die die Ahle gemacht haben. Andere sagten, damit ist tatsächlich die Rububiya gemeint. Also gibt es denn in der Existenz, in der Herrschaft Allahs einen Zweifel? Aber damit, diese Frage ist eine rhetorische Frage. Damit ist gemeint, ihr wisst, dass es keinen Zweifel gibt. Also bei euch gibt es keinen Zweifel. Das ist für euch keine Sache, über die man sich streiten kann. Warum setzt ihr dann andere ihm gleich? In der Anbetung? Das ist also eine rhetorische Frage. Wir wollen uns ein bisschen heute beschäftigen mit dem Thema, die Existenz Allahs. Und welche Adilla gibt es dafür oder die Vorgehensweise im Koran oder die allgemeine Argumentation zu diesem Thema? Wie sieht sie aus? Gibt es überhaupt Adilla dafür oder ist das eine rein individuelle und emotionale Sache, die jeder individuell fühlen muss, wie es bei manchen Religionen ausgedrückt wird? Oder gibt es dafür tatsächlich logische, rationelle Beweise und logische Schlüsse, durch die man auf einen Schöpfergott schließen kann? Grundsätzlich müssen wir sagen, dass die Muslime daran glauben, dass der Iman an Allah und seine Existenz unter anderem in der Natur des Menschen verankert ist. Es ist eine Sache, zu der man veranlagt ist. Der Glaube an einen Schöpfer oder diese allgemein diese eine gewisse Neigung dazu, eine höhere Instanz anzubeten, das ist etwas, worauf der Mensch geschaffen wird. Deswegen sagte ein Philosoph, er sagte, du wirst Städte finden ohne Mauern und du kannst Theater finden ohne Künstler, aber du wirst niemals eine Stadt finden ohne ein Gotteshaus, Ma'abad. Das deutet darauf hin, dass Religion, Anbetung, Glaube an ein höheres Wesen, dass es in jeder Kultur gab und zu jeder Zeit und das deutet unter anderem darauf hin, dass es ein ganz natürliches Phänomen ist in der Menschheit. Deswegen sagte auch der Prophet, dass Allah sagt, ich habe meine Diener alle als geschaffen. Das heißt, mit einer Veranlagung zum Iman an Allah zum Tauhid, fajtaalat humus shayateen, woraufhin aber die shayateen sie von ihrem Dien weggelenkt haben. Und interessant ist, dass der Prophet den Dien, von dem die shayateen die Menschen weggelenkt haben, er hat das mit zwei Sachen definiert. Zwei Sachen. zu einem sagte er, sie haben ihnen anbefohlen, Dinge neben mir anzubeten, Nummer eins. Das ist also eine Form der Abweichung von der Fitra, von der natürlichen Veranlagung, eine Gestalt der Abweichung von der natürlichen Veranlagung, der Shirk in der Uluhiyya. Shirk in der Uluhiyya im Sinne der Kulthandlungen und Anbetungen und so weiter. Und das Zweite, die zweite Form der Abweichung, er sagte, und sie haben ihnen verboten, was ich ihnen erlaubt habe. Oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr, haben ihnen erlaubt, was ich ihnen verboten habe. Das zeigt die zweite Form der Abweichung von der Fitra. Und das hat mit der Rububiyya zu tun. An allererster Stelle sowas wie die Legislative und so weiter, das absolute Recht, allerhöchste Recht, verbindliche Gesetze zu erlassen und so weiter. Das hat an allererster Linie mit der Rububiyya zu tun, weil es ja eine Handlung Allahs ist und eine Eigenschaft von ihm. Nach sagte der Prophet in einem Hadith, er sagte, jedes Geschöpf wird entsprechend der natürlichen Veranlagung geschaffen. Siehst du nicht das Tier, das als ein Ganzes geschaffen wird? Und dann sagte er seine Eltern machen dann aus ihm einen Juden oder einen Christen. Was ist hier eigentlich gemeint mit der Fitra? Ist hiermit gemeint, dass man ohne äußerliche und innerliche Einflüsse gelassen wird, es gibt ja innerliche Einflüsse, dann meine ich jetzt der Naft des Menschen und die Wasawis und so weiter. Und äußerliche Einflüsse, die Umgebung, die Gesellschaft, die Familie, andere Einrichtungen. Was bedeutet es, der Fitra gemäß geschaffen zu werden? Wenn ich jetzt von diesen Einflüssen frei bleiben kann, stellen wir uns mal vor, wir können ein Kind gänzlich irgendwie isolieren und er wächst auf. Bedeutet es, er wächst mit der kompletten Erkenntnis über den Iman auf und über den Tawhid an Allah oder was ist hiermit gemeint? Ibn Abdel Bar, habt ihr schon von ihm gehört? Das ist einer der hervorragendsten Gelagten des Islam, ein Hadith gelehrter aus dem Andalus und Zeitgenosse des Ibn Hasm, Abu Muhammad Ibn Hasm. Wann ist Ibn Hasm gestorben? 4,5,6 Das könnt ihr euch ganz einfach merken, 4,5,6 nach dieser Reihenfolge, 456 Ibn Hasm und er waren Freunde Übrigens weil Ibn Abdel Bar war einst auch auf dem Madhab von Ibn Hasm Ihr kennt vielleicht die Rechtsschule von Ibn Hasm die nennt man die Zahiriya das sind jene die strikt und stur nach den offensichtlichen Wortlauten eines Textes gehen ohne die Zwecksursachen der Texte zu hinterfragen oder der Akkamm der Sharia Ich gebe euch dafür ein Beispiel diese Beispiele habe ich schon einige Mal genannt einige von euch kennen das vielleicht nicht ihr kennt vielleicht den Hadith in dem der Prophet das zeigt euch nur dass dieser Madhab teilweise wirklich absurd ist er ist absurd und deswegen sagte auch Al-Baji Al-Baji auch einer aus aus der Zeit von Ibn Hasm wenn ich mich nicht irre als er über Ibn Hasm sprach er sagte er hat eine Gruppe von Menschen um sich gescharrt von den Jahalah und er sagte diesem Madhab von Ibn Hasm ihn befolgen nur die Jahalah nur wer unwissend ist über die Realität der Sharia und über den Geist der Sharia kann sich eine derartige eine derartige Rechtsschule unterordnen auf jeden Fall er sagte Ibn Hasm hat zum Beispiel ich gebe euch ein paar Beispiele jetzt er sagt ihr kennt den Hadith in dem der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte das Schweigen einer Jungfrau wenn sie um die Heirat gebeten wird das Schweigen einer Jungfrau ist ihre Bestätigung das heißt wenn eine Jungfrau weil sie einen gewissen Scham hat das geht aber natürlich nur wenn man in einer Gesellschaft aufwächst in der Scham als etwas Edles angesehen wird in einigen Gesellschaften wird Schamhaftigkeit als eine psychische Störung betrachtet wie hier teilweise teilweise siehst du das in den Einrichtungen Kindergarten so wenn die wenn dein Kind ein bisschen schamhaft ist zurückhaltend ist dann sprechen sie dich an und rufen dich an weil es gibt ein Problem mit deinem Kind es ist zu schüchtern es ist zu schamhaft da muss man etwas dagegen unternehmen jedenfalls ja der Prophet sagte dass die Zusage einer Jungfrau ist ihr Schweigen das heißt wenn eine Jungfrau gefragt wird Fulanun Allan möchte dich heiraten was sagst du über ihn bist du damit einverstanden und sie schweigt und kichert ein bisschen das heißt es ist eine Zusage von ihr wenn sie Nein sagt ist es eine Absage das ist diese Sturhaftigkeit dieses Sture Verfolgen der vordergründigen Bedeutung eines Textes aber die Ursachen die Zwecks Rationalität der Texte ganz auszulassen er sagte wenn man jetzt wenn dieses Mädchen sagen würde ja ich will zählen wir das als eine Zusage er sagte Nein Nein weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt ihr Schweigen wenn sie das also wörtlich explizit ausdrückt dürfen wir das nicht als ein Verständnis nehmen das ist natürlich absurd ebenfalls der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in dem Hadith bei den Sahihain er sagte er sagte keiner von euch soll in stilles Wasser also stilles Wasser das nicht fließt in ein Becken oder so keiner soll darin urinieren wie sieht es aus mit dem Koten eigentlich selbstverständlich oder wenn das Urinieren verboten ist dann das andere erst recht das ist ja ganz logisch da muss man kein schlauer Kopf sein dafür muss man nicht studiert haben jeder wird verstehen sicherlich Koten nicht eben Hasm sagt Koten kann man weil er hat nur das Urinieren verboten und wenn er wollte hätte er doch auch sagen können und Koten nicht darin ein anderes Beispiel ein anderes drittes Beispiel der Russell vom Jumu'ah Russell Jumu'ah jeder einzelne versteht die Zwecksrationalität des Russell vom Jumu'ah warum wurde der Russell vorgeschrieben abgesehen davon dass es eine Ibadah ist das wird zu einer Ibadah dadurch weil Allah oder sein Prophet das auferlegt haben Übrigens ist das Russell vom Jumu'ah eine Pflicht oder eine Kannhandlung Mustahab die Jumu'ah der Ahl sind der Auffassung dass Mustahab es nicht verpflichtend Wir wissen ja warum das im Grunde genommen vorgeschrieben worden ist man geht in die Gemeinschaft von vielen Menschen ja und dafür sollte man sich ein bisschen säubern halt damit man die Gemeinschaft nicht stört wie in dem Hadith vom Propheten auch vorkommt dass er sagte wer Knoblauch oder Zwiebeln oder dieses lange Kraut wie heißt das nochmal wer das ist der soll unsere Moscheen meiden und in seinem Haus beten der soll unsere Moscheen meiden und zu Hause beten deswegen sagten die Hanabiler auch es gehört zu den Entschuldigungsgründen nicht zur Jamaah zu erscheinen weil ihr wisst ja die Hanabiler sind der Auffassung dass das Salat verpflichtend ist richtig also für jedes Individuum das ist ihre Auffassung sie sagen wer Knoblauch und so weiter ist der ist entschuldigt der ist davon befreit von dieser Pflicht das Rusl Jumma ist also dafür gedacht dass man sauber in die Gesellschaft der Muslime geht und das setzt voraus dass man vor dem Jumma wäscht oder Ibn Hazm sagte man erfüllt auch die Pflicht erst zu einem der Auffassung dass es eine Pflicht ist und zu anderem sagt er man erfüllt die Pflicht selbst wenn du es nach dem Jumma machst wenn du hast gebetet kurz vor Maghrib kurz vor dem Salat Maghrib weil mit Maghrib fängt ja die Nacht an wächst du dich und dann hast du damit die Pflicht erfüllt das zeigt dass dieser Madhab teilweise nicht ganz rationell ist in dem was er sagt also wie gesagt der Iman an Allah ist eine Sache zu der der Mensch zu der er eine natürliche Veranlagung hat das was wir im Islam auch Fitra nennen Fitra was das genau bedeutet und was für Indizien es dafür gibt das behandeln wir vielleicht mal ein anderes Mal aber heute interessieren uns die Adillah die außerhalb der Fitra des Menschen sind also Argumentationen und Beweise außerhalb der Al-Fitra denn schlicht mit dieser Aussage kannst du nicht argumentieren wenn du beispielsweise vor einem Agnostiker stehst oder einen Atheisten du kannst ihm nicht sagen der Beweis für den Glauben an Gott ist die natürliche Veranlagung und dann sagt er dir wie kannst du das beweisen dass es eine natürliche Veranlagung ist dann sagst du ja weil das so im Koran steht das Problem hier ist das nennt man einen Zirkel Schluss das nennt man ein Zirkel Schluss anderes Beispiel ein Christ sagt die Christ ist das Wort Gottes und der Beweis was habe ich eben gesagt ich habe irgendwas falsch gesagt nein sorry die Bibel die Bibel ist das Wort Gottes und dann fragst du ihn was der Beweis dann sagt er das steht in der Bibel das heißt versteht ihr den Zirkel Schluss also ich beweise A mit B A ist die Aussage A ist meine Aussage die Bibel ist das Wort Gottes und B ist dann sozusagen der Schluss das heißt ne warte ich habe gerade wieder was falsch gesagt wir haben ja einmal A und B er sagt die Bibel ist das Wort Gottes das ist A und B der warum der beweist dann weil Gott das in der heißt A ist abhängig von B also ich beweise A mit B und um B zu beweisen benötige ich wieder A das ist wie die Situation die ich mal geschildert habe wenn ihr erinnert im Zirkel Schluss Ador nennt man das wenn jemand sagt ich bin gealtert ich bin gealtert weil er mich verlassen hat das ist der Satz 1 ich bin gealtert weil er mich verlassen hat also was ist hier passiert er ist gealtert die ursache des altern ist dass er ihn verlassen hat und dann wenn du das umkehrt wie lautet das dann ich bin gealtert weil er mich verlassen hat jetzt komme ich gerade selbst nicht mehr zurecht umkehrung weil er mich verlassen hat bin ich gealtert weil er mich verlassen hat bin ich gealtert ich komme gerade nicht mehr drauf reden ich aber ihr wisst was ich meine mit dem teufels kreis ich weiß nicht ob ihr das schon mal gehört hat das ist der Fach Ausdruck dafür jedenfalls die Adilla für die Existenz Allah können wir in zwei Gruppen einteilen einmal die Vernunftsbeweise Vernunftsbeweise die einfach auf gewissen logischen rationellen Schlüssen basieren zwei Prämissen plus Ergebnis haben ich schon von Prämissen gehört bei logischen Schlüssen logische Schlüsse bestehen aus zwei Prämissen und dem Schluss beispielsweise sage ich ich habe zwei Prämissen beispielsweise die Prämisse alle Menschen sterben das ist eine Aussage eine Prämisse diese Prämisse stimmt sie oder nicht das ist ein Fakt alle Menschen sterben Prämisse B Griechen sind Menschen richtig stimmt auch oder nicht okay Griechen sind Menschen Ergebnis was ist das Ergebnis Griechen sterben das sind die zwei Prämissen und die Schlussfolgerung und Schlussfolgerungen die auf Prämissen basieren die unbestreitbar sind oder empirisch belegt sind diese Schlüsse sind dann auch richtig die können nicht falsch sein dann haben wir einmal diese Vernunft Beweise und zweitens Quell Beweise Quell Beweise damit meinen wir Beweise die mit der Prophetenschaft zu tun haben oder auf Texte der Offenbarung berufen es gibt viele Vorgehensweisen bei diesem Disput um die Existenz Allah Ta'alas aber wir wollen uns auf zwei Beweise einschränken die besonders leicht verständlich sind sehr anschaulich sind und auch vom Koran und der Sunna genutzt werden das ist einmal der Verursacher Beweis so nennt man ihn der Verursacher Beweis hat auch andere Namen wie der Entstehungs Beweis manche nennen ihn den Entstehungs Beweis oder Beweis der Schöpfung und er wird auch der kosmologische Beweis genannt kosmologische Beweis das ist der eine mit dem werden wir uns heute beschäftigen oder vielleicht auch nicht mehr naja jedenfalls der zweite Beweis der kommt auch im Koran vor wird aber auch außerhalb des Korans verwendet also diese Beweise sind so eine Mischung aus Vernunftsbeweisen also sie lehnen sich auf die Vernunft des Menschen und sind zugleich halt auch in den Texten angesprochen da gibt es aber keinen Widerspruch ein Beweis kann zugleich Vernunft und Quellbeweis sein sie können aber auch separat existieren wie ein zum Beispiel die beispielsweise damit du das versteht Beweise die auf dem Intellekt des Menschen basieren aber keine Erwähnung in den Quelltexten haben die nennen wir einfach nur rationelle oder wie habe ich die anfang genannt rationelle Beweise Beweise die auf den Intellekt und die Vernunft des Menschen basieren dann gibt es aber auch Dinge die rein auf Offenbarung und dieses Phänomen basieren wie zum Beispiel die Mu'jizat der Ambiya die Mu'jizat der Ambiya die übernatürliche Wunder die die Propheten vollbracht haben das basiert nicht auf Vernunft natürlich die Schlüsse die Schlussfolgerungen ja aber der Beweis selbst nicht und dann gibt es eine Mischung daraus das sind unter anderem diese zwei die wir hier erwähnen also also der zweite den nennt man auch den theologischen oder theologischen Gottesbeweis oder manche nennen auch Beweis des Feintuning Beweis des Feintuning der Feinabstimmung in den Konstanten des Universums und so weiter oder manche nennen auch Beweis der Ordnung Beweis der Ordnung der erste Beweis der Verursacher Beweis erstmal eine kurze Zusammenfassung von diesem Verursacher Beweis und dann gehen wir auf die einzelnen Prämissen nochmal genauer ein der Verursacher Beweis in dieser Argumentation gehen wir einfach davon aus dass das Universum als Ganzes mit all seinen Bestandteilen entstanden ist entstanden ist irgendwann mal entstanden ist also es war nicht und dann war es irgendwann das nennt man auch Al-Hudus in der arabischen Fachsprache bei den arabischen Theologen nennt man das Al-Hudus das heißt das ist die erste Prämisse in diesem Beweis wir gehen davon aus dass das Universum in all seinen einzelnen Bestandteilen nicht existierte also nichts war nichts einfach gar nichts ihr wisst was nichts ist aus nichts kommt nichts sagt man es war nichts und ist irgendwann geworden ist irgendwann in die Existenz gekommen oder in Erscheinung getreten und daraus wird dann geschlossen eine Konsequenz dieser Aussage ist dass das Universum eine Ursache außerhalb seines Selbst benötigt um in Erscheinung getreten zu sein und die Ursache des Universums die das Universum hervorgebracht hat kann nicht das Universum selbst sein es muss eine Ursache von außerhalb sein warum das so ist werden wir auch noch sehen das ist ganz logisch und die Prämissen jede Konsequenz oder Schlussfolgerung basiert auf mindestens zwei Prämissen also brauchen wir auch hier zwei einleitende Sätze wie in dem Beispiel das ich vorhin genannt habe alle Menschen sind sterblich die Griechen sind sterblich die Griechen sind Menschen also sind sie sterblich haben wir die zwei Prämissen auch hier brauchen wir zwei Prämissen warum ist dieser Beweis besonders oder diese Argumentationsweise besonders geeignet für den allgemeinen Menschen auch weil die Prämissen sehr offensichtlich sind für den Menschen sie sind also anschaulich und teilweise tief verankert im Bewusstsein des Menschen also das gehört zu den Grundkenntnissen des Menschen ich sage nur das Prinzip Wirkung Ursache Wirkung Ursache das ist ein Prinzip das muss nicht angelernt werden der Mensch wird damit geschaffen oder nicht und das ganze Leben des Menschen basiert auf dieser Erkenntnis wenn du ein kleines Kind das so ins Alter gekommen ist das langsam langsam die Welt um sich herum versteht wenn du einen Moment seiner Unachtsamkeit ausnutzt und ihm auf seinen Nacken schlägst und was glaubst du wird er sich umschauen und gucken woher das kommt oder wird er sagen ist einfach gekommen der wird sich umgucken und fragen wer war das und wenn du ihm sagst das ist einfach so passiert also es gibt keinen Verursacher oder Urheber dieses Schlages würde das akzeptieren er wird das mit seinem kleinen Gehirn auch nicht akzeptieren das heißt das ist so und auch der Mensch also in dein allgemeinen Leben dein ganzes Leben ist nach diesem Gesetz gerichtet du weißt dass jedes geschehen ist jedes Ereignis eine Ursache hat wenn dir dein Geld gestohlen wird oder zu Hause bei dir bewegen sich die Sachen du hast etwas hier abgestellt und du kommst am Abend zurück siehst es irgendwo anders du wirst direkt nach der Ursache fragen nach wie kommt es dorthin oder wer hat es dorthin bewegt richtig oder auch bei den Verbrechen wenn jemand die Polizei wenn jemand ermordet wird und man sieht gewisse Einwirkungen von außen auf seinen Körper Stiche oder Hiebverletzungen man wird ja sicherlich daraus schließen dass das irgendwie hier eine Ursache dafür geben muss das kann nicht einfach so passiert sein das heißt selbst in der Wissenschaft die Wissenschaft basiert auf dieses Prinzip Wirkung Ursache ansonsten könnte es keine universellen Gesetze geben weil die Gesetze zeichnen sich ja dadurch aus dass diese Sachen sich immer wieder wiederholen können immer wieder wiederholen man kann das immer wieder observieren und das basiert eben auch auf Ursache und Wirkung das heißt wir haben hier diese zwei Prämissen die zwei Hauptprämissen sind einmal das Universum ist nicht urewig das heißt es hat einen Nullpunkt einen Anfang und das ist eine Sache die ist kaum umstritten heute noch selbst unter den modernen Physikern eigentlich nicht mehr umstritten dass das Universum einen Anfang hat selbst bei dem Urknall der Urknall setzt ja auch eine Singularität vor das heißt einen absoluten sozusagen Nullpunkt an dem das Universum entstanden ist bis zum ich glaube bis zum 19. Jahrhundert hat man gedacht angenommen wie die alten Griechen dass das Universum urewig sei also schon immer existiert hat aber das ist mittlerweile nicht mehr typisch das ist also die erste Prämisse das Universum hat einen Anfang zweite Prämisse alles was einen Anfang hat also neu entsteht benötigt einen Urheber Schlussfolgerung das Universum benötigt einen Schöpfer oder einen Urheber das heißt nur kurz zusammengefasst wir werden die einzelnen wir müssen noch mal genauer unter die Lupe nehmen aber wir sehen dass dieses Prinzip das Prinzip ja als solches selbst bei den einfachsten Menschen es ist ihnen bewusst ungebildete Menschen haben diese Erkenntnis in sich es wird überliefert dass ein Nomade gefragt wurde sie er sagte der Dung von Tieren der Dung von Tieren weist auf Tiere hin die Spuren auf der Erde weisen auf einen Marsch hin dass hier jemand gelaufen ist wenn ich Spuren in der Wüste sehe oder irgendwo auf der Erde Fußstapfen Fußspuren dann weiß ich dass hier jemand gelaufen war und er sagt der Himmel mit seinen Sternen die Erde mit ihren Wegen die Meere mit ihren Wogen weisen sie denn nicht auf einen Allhörenden und Allsehenden hin ebenfalls wird überliefert dass Abu Hanifa Abu Hanifa Numan Ibn Thabid dass er mit einer Gruppe diskutierte die nennen sich die As-Sumaniyah As-Sumaniyah das sind jene die also im Arabisch nennt man sich vergessen wie man sie im Deutschen nennt die davon ausgehen dass es nur einen einzigen Erkenntnis Weg gibt nur einen einzigen Erkenntnis Weg und das ist das was man mit den Sinnes Wahrnehmungen oder wie nennt man das mit den Sinnesorganen wahrnehmen kann was man mit den Sinnesorganen Organen wahrnehmen kann alles andere beispielsweise Dinge mit denen du auf die du mit deinem bloßen Denken kommst bloßes Denken hast du nicht gesehen aber du schließt durch gewisse Gedanken Folgen auf etwas das kann nicht sicher sein das ist natürlich genau das Gegenteil von denen die sagen dass man in der Erkenntnis Theorie dass man zu Erkenntnissen nur durch logische Schlüsse kommen kann und dass das mit den Sinnesorganen wahrgenommen nicht sicher ist er hat mit ihnen diskutiert sie haben ihn gefragt über die Existenz Gottes und dann sagte er zu ihnen er sagte sagt mir doch erstmal bevor wir hierüber sprechen wie es mit einem Schiff steht ein Schiff das im Tigris fährt sich selbst mit Speise Trank und anderen Gütern befüllt dann wieder zurückkommt und dann von selbst ankert und sich selbst entlädt und wieder fortgeht ohne dass es von jemandem geführt wird geführt oder gesteuert wird und sie sagten das ist ausgeschlossen das ist nicht möglich er sagte dann wenn das in einem Schiff ausgeschlossen ist dann erst recht in diesem Universum als Ganzes betrachtet wir machen wir hier Schluss das war nur eine kurze Darstellung dieses Verursacher Beweises im nächsten Darst sehen wir uns das genauer an und Alhamdulillah Amen 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 Vielen Dank.